Hallo. Hi. Ihr kennt es bestimmt. Ihr habt gerade eine total wichtige Sprachnachricht bekommen und wollt die eigentlich sofort abhören, seid aber in einer Situation, in der ihr euer Smartphone einfach nicht so ans Ohr nehmen könnt. Zum Beispiel auf eine Familienfeier, wo das total unmöglich wäre. Was ihr jetzt machen könnt, ist, euch eine App zu installieren, mit der ihr diese Sprachnachricht in eine Textnachricht umwandeln könnt. Und wie das geht, das zeigen wir euch heute. Also ich habe ja ein iPhone und die App, die ich mir installiert habe, heißt Audio to Text for WhatsApp. Und ich habe ein Android Handy und da gibt es Transcriber for WhatsApp. Wir blenden euch die Namen der Apps gleich hier unten mal ein. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, ob die wirklich verstehen, was wir in die Sprachnachrichten packen und ob die das als Text wirklich übersetzen können. Okay, Tim, dann lass uns mal loslegen. Du kriegst jetzt von mir diese Kopfhörer, während ich dir eine Sprachnachricht ausspricht, damit du nichts mitkriegst. Musik hören, ab jetzt. Und dann geht's los. Okay, ich habe dir gerade was geschickt. Dann schaue ich da direkt mal rein. Ich muss dann da eine Weile mit dem Finger drauf bleiben, klicke dann auf Weiterleiten, dann hier unten nochmal und habe jetzt die Möglichkeit, Audio to Text auszuwählen. Die App übersetzt das Ganze jetzt. Und dann habe ich nach einer Weile das Ergebnis. Also die App hat mir das Ganze jetzt übersetzt und ich habe jetzt hier einen Text stehen. Das hat eine ganze Weile gebraucht, obwohl es eigentlich nur ein kurzer Text ist. Und ich lese den jetzt einfach mal vor und dann bin ich mal gespannt, ob du mir auch das als Nachricht geschickt hast. Eigentlich wollte ich nur sagen, dass ich das Video an Ich weiß wollte, ja, ich denke. Hast du mir das als Sprachnachricht geschickt, Nora? Weil ich kann damit jetzt nicht besonders viel anfangen, also... Ich will natürlich aber auch herausfinden, ob die Apps mit Jugendsprache und ein paar englischen Begriffen umgehen können. Deshalb mache ich es jetzt mal ein bisschen schwieriger. Nora, hier coole Music für dich. Und dann schicke ich dir meine Sprachnachricht. Um mir die Nachricht jetzt als Text anzeigen zu lassen, muss ich sie einmal lange gedrückt halten, auf das kleine Weiterleiten-Symbol klicken und dann Transcriber auswählen. Jetzt dauert es kurz und dann wird mir gleich die Nachricht angezeigt. Hallo, was geht bei dir? Ich war gerade in der City am Shoppen und habe mir ein paar richtig geile Teile gegönnt. Und zwar ein mega cooles Crop-Top. Das musst du dir unbedingt mal anschauen, damit sollten wir eigentlich direkt nächste Woche mal tanzen gehen. Wow! Das ist ziemlich genau das, was ich gesagt habe. Es hat ja sogar City, Shoppen, Crop-Top... Okay, ich habe Dancen gesagt, aber krass, es hat gut funktioniert. So, liebe Freunde der Sprachnachricht, jetzt kommen wir mal zu unserem Fazit. Also die App für Android ist eigentlich ganz cool, hat ganz gut funktioniert, hat einen kleinen Moment gedauert, bis ich die Nachricht anlesen konnte, aber ich bin zufrieden. Das kann ich von meiner App für iOS leider nicht behaupten. Es hat ziemlich lang gedauert, bis sie da einen Text übersetzt hatte und dann konnte ich den noch nicht mal richtig lesen. Da würde ich mich im App Store nach einer anderen App umschauen. Wenn ihr noch weitere Tipps wollt rund um das Thema Smartphone und Apps, schaut einfach mal auf Handysektor.de oder hier in unserem YouTube-Kanal. Bis bald! Bis bald!